Ich brauche eine Fahrtkarte. Hast du Lust ins Kino zu gehen? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Fahren Sie ein Rennen? Sie sollten mal das Licht anmachen. Nächster Halt. Grenzen, Glanz. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ich brauche ein Rennen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Oh, nee. Tut mir leid. Ich muss am Start arbeiten. Nächste Halb. Nordspeichel. Nächste Halb. Nordspeichel. Tschüss. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Danke. Cool. So einen Bus habe ich vorher noch nie gesehen. Eine Fahrkarte, bitte. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Glück ist bald Sonntag. Zum Glück ist die ZDF, 2020 Zum Glück ist die ZDF, 2020 Zum Glück ist die ZDF, 2020 Nächster Halt, Stockerplan Zum Glück ist die ZDF, 2020 Zum Glück ist die ZDF, 2020